Hallo und herzlich willkommen zu einem Real Talk Video. Was heißt Real Talk? Zu einer Ankündigung, Leute. Und ja, wir haben uns hier versammelt mit einem guten Plaschi. Der gute Dennis ist natürlich da. Und der gute Steffa von Pokémon Channel. Und wir haben uns dazu entschieden, was zu tun. Was sollen wir tun? Wir wollen einen Discord-Server. Ne, wir haben schon einen Discord-Server aufgemacht. Wir haben einen Discord-Server zusammen. Der ist ab jetzt öffentlich. Und in der Beschreibung ist der Einladungs-Link. Da könnt ihr drauf kommen. Und ja. Genau. Die anderen Discords sind dann somit jetzt Geschichte. Pokémon GM wird dann demnächst und Kart-Buddies wird halt auch oder Bildfläche verschwinden. Genau. Und wir machen halt alles auf einmal. Also auf einen Server, weil wir uns halt alle gut verstehen, viele Videos auch miteinander machen und so. Und eigentlich eh alle fast dieselbe Community haben. Genau. Deswegen, wir so fünf verschiedene Discords haben. Also nicht einfach nur einen für uns vier hier. Genau. Genau. Also kommt drauf. Habt Spaß. Genau. Perfekt-Ivs. Perfekt-Ivs. So nennt sich das Ganze. Genau. Wir haben einfach gedacht, das ist halt eine gute Idee, wenn wir das so einfach zusammen machen und zusammentun. Richtig. Richtig. Weil wir hängen ja auch immer im selben Discord irgendwie ab. Genau. Deswegen machen wir es einfach so. Ich denke, das ist auch gut für euch, dass ihr euch gut austauschen könnt. Wir machen auch wieder die Tauschbörse und alles mögliche, dass ihr die Karten tauschen und verkaufen könnt. Im Grunde kennt man dann halt die ganzen Channel und im Grunde ändert sich gar nicht so viel. Ihr müsst nur auf einen anderen Server gehen. Genau. Von uns allen dann. Das ist dann ein gemeinsamer Server. Ihr müsst dann halt ja nicht irgendwo rumgesplittet sein. Es geht einfach nur alles in diesen einen Server. Genau. Das war es im Grunde auch schon. Also hier nur ein kurzes Update-Video. Wir freuen uns auf euch. Auf der Öffnung dieses Server ist ein Giveaway starten. Wir wollten noch ein Giveaway starten. Das können wir noch machen. Hast du jetzt gerade eine Idee oder machen wir das in einem separaten Ding nochmal? Kommt auf den Discord. Wir verlosen es auf den Discord. Auf den Discord. Für jeden, der joint. In der Videobeschreibung. Dann gibt es ein Hashtag-Channel-Giveaway zu diesem Opening. Genau. Und da verlosen wir dann. Wenn ihr wissen wollt, was ihr gewinnen könnt, dann müsst ihr auf den Discord joinen. Genau. Ganz einfach. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Manchmal sind wir doch noch gut im Improvisieren. Also, kommt auf den Discord-Server. Wir sehen uns. Wir sehen uns und hören uns und schreiben uns. Wenn ihr uns alle nicht abonniert habt, je nachdem, wo ihr das Video seht, natürlich Flashy abonnieren, Stefan abonnieren, uns abonnieren. Richtig. Macht das auf den Discord-Server. Alle Infos, ne? Alles unten in der Videobeschreibung. Nicht mehr viel zu sagen. Das war es schon. Packen wir zusammen. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020